Willkommen zurück zu Ahead in Time Death Wish Beim letzten Mal haben wir endlich den Boss Cup geschafft Weil es war sehr lange, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft Die Karte soll übrigens an sein Und heute machen wir einfach das gleiche wie sonst Wir haben hier irgendwelche Level Machen wir das hier auch mal Community Riss Rhythm Jump Studio Wie ihr schon sehen könnt, ist es ein Community Level Was hier ins offizielle Spiel geschafft hat Und wir sehen auch schon, was wir alles machen müssen Sammle jeden Riss-Pon ein Und sammle alle Seiten des Bilderbuches ein Das ist... Also der zweite Bonus mache ich so oder so Zumindest versuche ich's Und das erste Mal machen wir dann beim anderen Mal Also im zweiten Mal oder so Die Bildung an dir klein, ich bin erschrecklicher Timster Mir fehlt dafür die nötige Beinbarbeit Okay, das ist kein... ähm... Kein Collapsing Rift Wo man ein Zeitlimit hat Nein, das hier ist... Rhythmus! Und ich habe Rhythmus So, natürlich habe ich nachgeschaut Wie viele es pro Ebene gibt Und schaut mal, wie Headkits hier am rumspazieren ist Wegen der Musik Süß, oder? Also hier gibt's eins Dann gibt's hier zwei Im nächsten drei Und dann immer eins, eins oder so Irgendwie so war das Und direkt hier oben ist eins, wie ich sehen kann An nächstem Pin, im Pon Ja gut, ich sag's mal ehrlich Wenn wir sowieso kein Zeitlimit haben Dann machen wir doch direkt alle Boni, oder? Klar, warum nicht? Sparen wir uns das Level einmal neu zu spielen Zumindest was so ihr seid Na komm! Bam! Eventuell sind hier noch neue Gegner Die ich noch nicht besiegt habe Deshalb... äh... schlage ich alles kaputt Bum! Duh! Duh! Du bist ja, muss ich aber sagen Es ist schicke Musik auf jeden Fall Da ist noch ein Weg Aber ich geh jetzt mal hier oben lang Okay knapp Thanks! Ah, das ist hier an äh... Perfect Picture angelehntes Level In den Fotos und so Hm, hm Hier ist ein Bild Duh! 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 mich ob das custom musik ist oder ob die entwickler das nachher eingepackt haben community rift würde ja bedeuten das ist wirklich ja von einem dude aus der community gemacht wurde oder also bestätigt habe ich das jetzt hier nicht damit ich sag nur ich glaube es ist so weil sonst macht der name irgendwie keinen sinn ich glaube nur noch da oben ist was okay das können wir eigentlich die nachgucken indem wir unser ding sex sind so der kamera und dann kameramodus gucken ob doch was anderes ist aber wir sehen könnt müsste das eigentlich das letzte sein was uns fehlt hier und ich glaube es ist das ist mir fehlt aber safe noch ein bild wird ziemlich sicher vielleicht ist dahinter dahinter jaha tatsache habe ich mir schon gedacht okay jetzt bin ich sicher dass wir alles haben gehen wir weiter tut da tut da tut ja dann weiter geht's den bachskund schön hier soll言en noch ein leben falls Ihr runterfallen sollte es direkt nicht verleihen kann. Gut zu wissen. Good to know. Du bist tot. Danke. Bom. 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 Ich geh mal hier lang. Na komm. Ah. Der hat geklappt. Oh, das ist doch ein Bild. Schaut mal. Das war sogar gut so, dass ich runtergefallen bin. Sonst hätte ich dieses Bild hier eventuell vielleicht verpasst. Das wär nicht so gut gewesen. Bis das ist chillig, finde ich. Ich meine, klar, die wechseln sich sehr oft ab. Die Blöcke. Aber da ist auch die Challenge, dass es so oft ist. Über mir ist auf jeden Fall noch irgendwas. Ich hab grad was gesehen. Ne? Ist über mir nichts? Doch, das ist ein Bild. Hab ich doch gesehen. Haha. Ich weiß aber nicht, wie ich da hochkomme. Vielleicht von hier? Ne, das ist hier das Tor. Ach, ich will da rüber wahrscheinlich. Oh Gott, geh ich auch von hier noch? Ja, doch safe. Wenn ich den hier mach? Ja, easy. Okay. Okay, auf die Line. Von der Line aus. Hier hoch. Von hier oben aus. Da. Rüber. Jump. Pin. Yeah. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Wie ist das lustig, die Musik? Ich weiß auch nicht. I don't know. Da komm. Bam. Hab ich dich. Und schaut mal, wie viel Geld wir haben. Ich würde mal sagen, wenn wir sowieso heute noch die Niacusa Metro Münzen sammeln müssen, falls es sie heute sammeln, ich weiß noch nicht, dann können wir ja Niacusa Metro direkt mal shoppen gehen, oder? Weil oben ist noch gut. Also da rechts ist noch was und da links ist noch was. Also wir haben noch mindestens zwei Sachen zu sammeln. Bam. Ich kriege immer so ein Effekt auf meinen Füßen, wenn das sich ändert. Interessant. Gehen wir mal hier lang. Meinen anderen Weg sehe ich gerade nicht. Oha. Da unten tanzen sie. Auch gut. Ja, hier können wir ein bisschen DJ spielen. Yeah. Moment. Warum tanzt sie so langsam? Das ist traurig. Zumal jeden, der war unterschiedlich, wie schnell man tanzt. Hier ist es scheinbar langsam. Das ist irgendein Grund. Aha. Ich war mir nicht sicher, ob mir noch irgendwas ist. Jetzt bin ich mir sicher. Das letzte Bild war hier. Okay, das ist dahinten noch ein Pond. Denke ich. Gruus. Das ist hier so ein Bonuslevel von dem Pinguin. Von dem DJ Gruus. Denke ich. Du, 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 du. Hä, wo war denn das jetzt? Das letzte, was mir gefehlt hat. War das nicht hier? War das da? Achso, das war da. Oh. Bin ich dran vorbei. Gott. Mir geht so viel ab. Das wird schon mal passieren. Das war knapp. Aber wir haben es. Okay. Okay. Gut. Damit haben wir alles. Ich glaube, nichts. Liegen gelassen zu haben. Ja gut. Dann rüber da. Was haben wir hier? Kamera. Ist hier noch was? Kamera geht hier nicht rüber. Es ist eine unsichtbare Wand. Das heißt, wir könnten da so nicht lang. Das heißt, hier ist nichts. Okay. Habs verstanden? Spiel ich gehe ja schon. Meine Güte. Wah. Ich gehe einfach irgendwo lang, wo mich mein Herz hinführt. So sieht's aus. Nein. Ich hab mich gebongt. Nicht gut. Boah. Ach Gott. Ich könnte es aber einfach machen. Ne? Ja. Easy. Oh. Dom. Dutut. Dutut. Woohoo. Wow. Knapp. Wo führt das überhaupt hin? So ein ewig langer Weg für eventuell nichts. Das mache ich safe. Safer. Ich mache den Zeitluen-Mood. Dom. Dom. Okay. Nein. Wo bin ich? Ich bin gebongt. Wo war ich? Wo bin ich? Was zur Hölle? Alter. Let's kill it. Dann halt nicht. Boah. Wo war ich? Ich geh mal weiter. Muss ich halt mit klarkommen. Gott. Ich weiß auch, warum ich die ganze Zeit bonke. Weil ich das nicht ausgerüstet hab. Was denn hier machen? Ja. Ich brauch das, das bin wir ausgerüstet. Höh? Super Job nach oben. Okay. Heilung. Immer sehr gut. Nee, das bringt nichts. Da komme ich nicht rüber. Oder? Wait. So, komme ich rüber. Haha. Boom. Da unten ist was. Okay. Boah, hier sind aber richtig viele noch. Aber übelst. Wo fühl mich das hier hin? Den hab ich noch nicht ausprobiert. Oh, noch oben. Was gibt's nicht hier oben? Ist das hier nur... ...ne Abkürzung hier hin, worum er hier ist? Ja. Okay. Okay. Wo waren wir? Da hinten waren wir, oder? Na gut, jetzt bin ich aber hier. Und hol noch, dass du was da hinten rumlegst. Was zum... Ähm. Okay, ich hab auf jeden Fall schon mal den Exit gefunden. Mal gucken, ob ich mich überhaupt noch merken kann später, aber... Ach wait. Ja, hier bin ich doch vorhin runtergefallen. Hier bin ich doch wieder. Ja. Wow. Hab's. Ist ja noch irgendwas? Da oben. Hier links, rechts. Abi startet. Keine Ahnung. Ach ja, was schleudt mich an? Nicht, ich lege weg. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Hier kann ich hoch. Ah doch, warte, doch, hier war ich. Aber da war ich noch nicht. Okay. Alles ein bisschen verwirrend, aber ich mach's auch verwirrend. Um ehrlich zu sein. Ich muss aufpassen. Ich hab nicht mehr viel Leben. Leider. Ich hab mich sehr oft treffen lassen. Die UFOs sind halt super nervig. Okay, aber das gehen wir hin. Bonk. Das haben wir. Hier hinten noch eins, ne? Nein? Das war das? Ich hoffe es. Ich geh jetzt nicht mal hoch. Haben wir ein Bild? Wo steht das? 6 von 8. Nein, hier fehlt noch ein Bild. Ähm. Waren wir hier schon? Kamera? Nein, hier bin ich runtergefallen. Stimmt. Fall nicht runter. Wo fühlt mich das denn hier hin? Zu nem Secret? Tadache. Aber hier kann man super einfach runterfallen. So, aufpassen. Ich weck's mal direkt zu meinem Tidehut. Ich glaub, der wird mir jetzt hilfreicher sein. Als mein Sprinthut. Okay, passt. Äh, jetzt. Und drüber. Und? Das sollen alle sein, oder? Ich hab jetzt alles? Fragezeichen. Ich glaube schon. Ich hoffe schon. Ähm. Ich guck mich nochmal kurz um. Ob ich irgendwas seh. Keine Drohne, die rumfliegt. Nee, man hat keine Reichweite in unserer Zeit. Boah. Okay, ich hoffe, ich hab nichts verpasst. Ich kann's euch halt wirklich nicht sagen. Wenn ich jetzt was verpasst habe, ärgerlich. Aber weiter geht's. Ich denke, ich hab alles. Sonst würde ich ja nicht jetzt weitergehen. Okay. Hier ist noch ein Bild. Und ein paar Pond. Dann sind wir durch. Ah, danke. Ich geh jetzt mal hier lang. Weil ich's grad gesehen hab. Fang mich auf. Danke. Okay, das Ding fliegt einfach in der Luft. Auch gut. Boing. Ich muss aufpassen, dass man sich nicht den Kopf stößt hier. Okay. 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 Bisher geht's noch. Geht's noch? Ja, bisher geht's noch. Hab ich grad gesagt. Schön. Wo führt mich das hier hin? Nein, da war noch was. Das ist aber nur ein Rückweg. Schade. Was ist denn das hier? Eine Treppe nach oben. Treppe in den Himmel. Naja. Oder halt zum Pond. Das ist aber super langes Level, ne? Der Glitzatz. Hier waren wir noch nicht, ne? Ich glaub nicht. Gehren wir hier lang. Und ich mach's mir einfach. Warum schwer machen? Wenn ich's mir einfach machen kann. Moin. Wall-Jump-Action. Und dann klettern. Und dann klettern. Und dann hoch da. Und dann den Hut benutzen, damit mich das Ding nicht erwischt. Ding, 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 ding. Ganz viel Geld einsacken, weil wir's können. Und Tanz-Party erreichen. Yeah. Juhu. Yippie, yippie. Moment, ich hab's gleich dazu. Und du könntest das Geld ansammeln. Yeah. Did, 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 did. Die müssen wir auf jeden Fall schon mal abgeschlossen, auch wenn's noch nicht, äh, angezeigt wird. Pins, Pons, Pins, Pons, Pons. Wie sieht's damit aus? Also, da hinten ist auf jeden Fall noch irgendwas. Schmeiß ich mich mal rüber. Hä? Boing. Äh. Hier war ich noch nicht. Oder? Wait. Hier war ich aber auch noch nicht. Warte, ich geh jetzt mal hier lang. Weil das andere da ist, das Ziel schon. Deshalb, das kann ich ja dann gleich auch erreichen. Ähm. Foto. Foto machen. Thank you. Oh, knappes Ding. Ah. Schlechtes Timing. Das war meine Schuld. Das war ein schlechtes Timing. Bisschen daschen. Schadet nicht. Mit dem Sprinthut. Was kriegen wir hier? Oh, ein Herz. Ach, danke. Ihr Lieben. Ihr seid so lieb, ey. Oh mein Gott. Danke. Für die Ehrenspende. Du, 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 du. Pf, na, 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 na. Pf, na, 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 na. Ich sehe nicht. So. Ich hab's. Äh. Wihi. Wunderbar. Ich glaube, Tappel, 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 dass wir hier fast durch sind. Und hoch. Und hoch. Und. Warte, von hier kam ich doch. Also das hab ich ja schon gemacht. Oder? Wait. Kamera. Das hab ich doch. Doch, ich bin durch. Also ich werde mich jetzt gleich selbst hassen. Weil ich mich noch irgendwas verpasst haben sollte. Ich bin aber ziemlich sicher, dass ich jetzt durch bin. Tatsächlich. Ich wüsste nicht, was ich verpasst haben sollte. Ah, miss. Ich wollte nur abkürzen. Hier ist das. Und. Lass uns nachschauen, ob ich dumm bin oder schlau. Yeah. Hallöchen. Bam. Die werden kaputt gemacht, Sir. Bam. Bam. Aber wo ist mein Geld? Hab ich wohl nicht verdient. Ich hab nicht alles, oder? Doch. Punished Kid. Das war wirklich super lang. So ein Grund. Das stand mit ner Story. Groovy Underdog. Wer bist du denn? Ja, DJ Groose zeigt den Film. Und alle haben Angst vor dem Film. Dann's Ende? Der Film kam nicht gut an. Weißt du, ob es unser Film war oder der davor? Das wissen wir nicht. Ja, der Arme wird verscheucht mit Tomaten. Und die Agentenpinguine denken sich... Hm. Die denken sich irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Ich hab's nicht verstanden, aber die haben ihn am Ende umarmt. Das fand ich süß. Okay, und dann... ...würde ich sagen... ...machen wir als nächstes... ...kein Deathwish, sondern... Ich geh hier in Subcon Forest und sammle da nochmal alle Tokens ein, die ich übersehen habe. Dafür rüsten wir den Kompass-Anstecker aus und dann haben wir auch schon direkt ein paar Pfeile. Ich mach das einfach jetzt schon, auch wenn ich weiß, dass wir hier noch Sledger-Coins machen müssen später. Ich mach trotzdem jetzt schon mal... ...ääh... Wo ich lang soll. Aber hier oben kann ich auch nichts machen. Ich geh jetzt mal weiter. Ich glaub, da ist doch nichts. Ich seh da hinten was leuchten, aber... ...ich hab das Gefühl, dass das nicht das ist, was wir suchen, oder? Das ist ein Wollknäuel. Nett. Na gut. Hilfe! Ich bin stuck! Ich bin stuck! Ach so, zeigt er auch nur die Sticker an. Wait, das kann sein, dass er nur die Sticker anzeigt. Das hab ich ja alle schon. Zeigt nur noch eine Sache an. Ich hoffe, das ist zumindest ein Token. Weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, mir fehlen noch so ein, zwei Gegenstände. Direkt über diese Oasis hier. Soll es sein. Da leuchtet auch noch was, aber ich bin mir sehr sicher, dass es nur ein Wollknäuel. Also komplett. Egal. Brauchen wir nicht. Habe ich auch kein Warg jetzt. Das war unnötig. Haben Sie hier überhaupt jemals? Ich kann mich nicht daran erinnern. Tatsächlich. Ich habe das auch geskippt hier und das ist eigentlich voll offensichtlich. Das kann sein. Okay, eine Neuheit versuchen, mir durchzukommen. Okay. Amst was? Ich kann mich wirklich hier nicht daran erinnern. Das ist, glaube ich, wirklich ein Ort, wo wir nicht waren. Auch interessant mal was zu sehen hier. Ja, Tatsache. Der letzte Token, oder? Nee, hier ist noch was. Oder zeigt jetzt... Bitte sagt mir nicht. Jetzt zeigt mir jetzt nur die Wollknäuel da an. Oh, verdammt. Nein. Hä? Doch nicht da oben. Was ist denn das da oben? Ist das ein Wollknäuel? Ja. Okay. Das ist egal. Meinst du das Grab hier? Nö. Da hinten leuchten noch mehr Sachen. Wollknäuel und... Da! Ein Token! Ein Geschenk! Haben wir hier überhaupt? Hier ist eine geschlossene Truhe. Ich habe mich hier gar nicht umgeschaut. Kann das sein? Wieso kann ich hier durch? Okay. Wow. Ich bin gerade schon irgendwie schockiert, um ehrlich zu sein. Bam, bam! Da oben ist noch was. Sie ist noch Glitzer an. Ach, das ist das Geschenk. Wait. Wait, wait, wait. Boing! Habs! Da, 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 um... Und noch was. Zeig mir doch alles gleichzeitig an, Junge. Was soll denn das? Hm? Hier drin? Äh, da brauche ich aber so einen Apfel für. Ja, ich seh's da hinten Glitzer an. Ähm. Apfel! Wo versteckst du dich, Apfel? Also, da oben ist ein Wurm. Und da hängt sich jemand. Hier hängen sich generell sehr viele Leute, merke ich gerade. What the hell? Und das ist schwebende Leiter. Kann ich da hoch? Äh. Gleich hier mit? Ne, ich bin lange nicht new, du. Ich bin nur... zurückgekommen. Ah, oh wow. Hier war einfach direkt daneben ein blauer Pilz. Der bringt einen sofort zu den beiden. Na okay, was heißt sofort? Man muss hier schon noch ein bisschen extra tricksen. Verdammt. Komm, so schwer ist es nicht. Ich doof mich halt immer an den Dingern an. Oder geht's so weit. rein. Rein deine Apfel. Und Apfel da durch. Bam bam. Haben wir es noch einen Token irgendwo? Schon die Augen zu machen, wollen wir ja nicht nicht sehen. Nicht schlafen? Ja, dann ist noch was. Dort oben. Da ist ein Geschenk. Die Spinnen sollten mich dorthin bringen. Habe ich recht? Oh, war ein Gegnertyp übrigens. Schauen wir mal, ob ich den verpasst. Die Spinnis habe ich verpasst. Ja, eigentlich super easy hochzukommen. Zack, zack. Hier. Aber das ist keine Kunde. Was hat ich die Löschung? Das wundert mich jetzt irgendwie. Ähm, doch nicht so easy. Warte. Äh. Darüber wahrscheinlich, oder? Hier auf dem Baumstamm. Dann in die Hütte. Ja. Okay, genau, genau. Haben wir jetzt alles? Nö. Weiter geht's. Ja, huu. Weiter Richtung. Gott, nein. Hui. Ich glaube, drüben. Ja, hier drüben ist noch irgendwo was. Wo es zu Vanessa geht. Oh, hier drüben ist noch ein Token. Oder vielleicht ist ja auch nur ein Sticker. Das würde ich jetzt. Würde ich jetzt auch vermuten. Ganz oben? Oder was? Angeblich soll ich hier ganz oben was sein. Aber ich weiß halt nicht, wie... Ich weiß halt nicht, wie ich da auch... Auf das Dach komme. Von hier? Aha. Ja. Okay, wait. Hoch auf Luichis Menschen. Das soll auf jeden Fall irgendwie hier drinnen sein. Das ist ja oben hier drinnen. Ah, warte mal. Hier ist extra so eine Jump'n'Run-Ecke. Ja, da ist es. Boah, aber das ist echt gut versteckt. Also... Ohne Abzeichen hätte ich das hier nie gefunden. Komm jetzt... Jetzt geht halt nicht hoch, man. Komm schon. Please. So schnell kann das noch nicht sein. Jetzt. Rüber, rüber, rüber. Wo bin ich? Okay, hab's. Noch was? Ich seh's nicht, warte. Sind wir jetzt durch? Okay, Leute. Wir scheinen durch zu sein. Könnten wir höchstens noch hier unten um was vorstellen. Dass ich hier unten vielleicht was verpasst hab. Ich denke in der Villa selber nicht. Hätte ich jetzt nachgucken können, aber hab ich jetzt vergessen. Ich denke aber nicht, dass da was ist. Tatsache, hier ist noch was. Wow. Über mir. Hä? Was zum... Äh, ich glaub, das hat so nicht passiert. Ähm. Ist ein bisschen verglitscht hier. Na gut. Ach, schau mal hier. Ah, hey. Warum fällt so runter? Sticker. Von Bokit. Hä? Wait, was? Das war's? Mir wird nix mehr angezeigt. Das war wirklich jetzt nur der Sticker. Okay, damit würde ich sagen, hören wir dann für heute diese Folge auf. Am nächsten Mal machen wir dann ein Yakuza Metro. Ganz viel Tokens, Coins, Sachen. Zusammen mit ein paar Subcon der Furcht-Mission. Und wir kaufen neue Sachen. Guck. Vielen Dank.